Na hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und vor allem wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Randale im Saale und für dieses Achievement müssen wir folgendes abschließen. Zertrümmert mindestens 18 unsterbliche Steinscheusale gleichzeitig und besiegt danach Echelon in den Hallen der Sühne auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Hört sich einfach an, ist es im Endeffekt auch. Wir haben nämlich diese Steinscheusale, die in den Ecken spawnen. Das sind jeweils rechts und links drei Stück, also heißt pro Spawn haben wir sechs von diesen Viechern. Wir brauchen 18 Stück insgesamt, dementsprechend brauchen wir genau drei Spawns, die ihr abwarten müsst. Beziehungsweise macht lieber vielleicht ein, zwei mehr. Nicht, dass es so läuft wie bei uns, dass ihr versehentlich ein paar wegmacht oder dass die nicht komplett zusammenstehen. Wenn ihr genug Mobs zusammen habt, müsst ihr am besten immer auf einem Haufen komplett zusammen töten und derjenige, der diesen Kreis außen rum kriegt, muss immer nach außen laufen. Wenn die nämlich tot sind und quasi ein Spiel diesen Kreis um sich rum kriegt und auf den Mobs steht, dann werden die kaputt gehittelt. Und wir müssen halt mit diesem Kaputthitten quasi gleichzeitig 18 Stück erwischen. Ich habe sie am Anfang geschafft, dass ich nicht schnell genug raus bin. Ich dachte nicht, dass das auf den Tank auch kommen kann und habe ein paar gekillt. Dann waren wir uns nicht mehr sicher, wie viel wir insgesamt quasi schon hatten. Und dann haben wir hier jetzt ein paar mehr gemacht. Ihr müsst die einfach quasi schön aufeinander poolen. Dann laufen alle raus und einer haut dann den Hit drauf, wie wir das gerade gemacht haben. Ich glaube, wir hatten da bestimmt 20 oder 30, weil wir dann wirklich auf Nummer sicher gehen wollten. Und dann killt ihr einfach den Boss und easy. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, wart ein bisschen ein paar Ads, habt alle zusammenlegen, Ads töten, ganz wichtig. Die müssen tot sein. Und dann einmal mit dem Kreis auf alle Ads drauf, zack, und noch einen Boss töten. Dann habt ihr das Achievement. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.